Dieser Smartfafo ist hier zum Verkauf angeboten. Die weiße Limousine hat 5 Türen und bietet 4 Sitzplätze. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 9000 km. Die Erstanmeldung war Mitte 2015. Die Limousine besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Navigationssystem, Einparkhilfe, Bluetooth, Tempomat und noch vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 90 PS. Der Wagen ist mit einem Schaltgetriebe ausgestattet. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,3 Litern pro 100 km. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher.